So Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Runde TTT. Mit dabei, Devlesque immer noch. Wir sind nicht losgebaut. Das ist echt ne andere. Das ist wirklich ne andere. Hier ist mit dem Helikopter. No fucking smoking! Sola! Sola, hier ist der Helikopter! Helikopter! Ich renne! Ich kann rein! Ich kann rein! Warte, erst mal, kannst du losfliegen? Warte auf uns! Ich fliege! Nee! Der Start ist! Alter! Ich fliege! Sola! Wie lenk ich? Oh mein Gott, du fliegst halt echt! Wie lenk ich? Das fliegt halt! What the fuck! Ich weiß nicht, wie ich lenke! Sia! Alter, Sola fliegt mit dem hohen Helikopter! Alter, ich hör euch halt kaum, das Ding ist so laut! Jo, was mach ich denn? Ich bin im Nebel, Alter, du bist weg! Sia! Ich fühl's dich! Alter, hier auf dem Tor, einfach weg, Alter! Hey, was geht? Hey, wie fliegt der, Mann? Der fliegt alleine! Wo ist er hin? Ah! Oh! Oh, oh, oh! Da hat jemand in den Tauber geworfen! Okay! Es war Kevin, es war Kevin, es war Kevin, es war Kevin! Was? Alter, schießt mich aus dem Helio da an, oder was? Ja, du stirbst jetzt! Was? Alter, ich hab ihn aus dem Helio gekillt! Aus dem Helio, oder was? Alter, das war einfach wie eine Rambo-Szene! Ja, ich lande, Jungs! Hier bin ich! Oh, du hast den Tor noch nicht gemacht! Ne, der Tor noch habe ich den Futscher! Die ist einmal vorbei! Max ist... Ich dachte erst, ich bin Ripp und dann... Max ist auf jeden Fall... So, wie fliegt man die Scheiße, Max? Ja, du musst einfach rein, Alter! Aber es ist echt übel laut! Es ist ein so lauter Johnny! So, dann? Rein und dann? Rein und dann, hier ist Johnny! Oh Gott, Alter! Rein und dann... Genau! Einfach Knopf drücken! Und dann? Und dann? Jetzt musst du Alter 4 drücken! Ah! Fickt der Automat, oder was? Ne, Alter 4! Ah, okay! D für Dance! Ja! Oh mein Gott, ich bin im Himmel, Alter! Alter, Johnny, du bist doch... Wieso sagst du nix? Danke, Francis11500! Ich wohne mit dir! Ich bin schabernackt, damit die Folge lustig ist! Alter! Ich bin schabernackt, damit die Folge lustig ist! Alter! Ich bin schabernackt! Was, Kevin, du bist tot, ne? Los, los gehts! Ja, Kevin, du darfst nix sagen! Ah! Es ist Sola! Es ist Sola! Hat er verkackt! Der hat ne Melone in mein Gesicht geschossen! Ich wollte Try-Fi machen! Kevin, Alter, du musst hier leider weg! Aus dem Heli, oder was? Aus dem Heli? Ne, 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 ne! Aus dem Heli, aus dem Heli! Aus dem Heli! Ja dann, alle auf dem Heli! Fertig los! Ist doch runter mit dir! Komm hier halt nicht mehr runter, weil... Okay! Kevin kann nicht wiederbelebt werden! Ich habe ihn in den See geschmissen! Das ist gut! Problem solved! Also ist es... Warum ist es jetzt Sola? Für mich nochmal? Weil der mit einer Wassermelone auf mich geschossen hat! Kannst du ihn ja selber sagen! Ja, okay! Was für eine Melone! Sola, erklär dich! Letzte Chance! Ja, ich habe keine Melone geworfen! Okay! Okay! Hat er es noch weggenommen? Ne, aber... Der ist tot! Hä? Ich habe ihn eigentlich zweimal ganz gut mit der Schwalt erwischt! Sola ist oben beim Heli noch gewesen! Aber ich sehe den... Ich sehe den hierüber! Max ist auf jeden Fall der Ripp! Hä? Ich habe ihn noch zwei? Hm! Okay! Vielleicht hat er einfach besser getroffen! Oder ich kacke! War auf jeden Fall zweimal Blut! Und er ist auch gedroppt! Ne, das ist Johnny! Ja, das bin ich! Jo, Kevin tut mir leid, aber ich musste dich einfach entsorgen! Oh nein! Du dummer Wichser! Ich werde beschossen! Mit X habt ihr übrigens Sprachshit! Ah! Kann ich nicht! Alter ey! 3 gegen 1 und er ist Sola macht 2! Obwohl ich schon Kevin so früh rausnehmen! Also jetzt... Hallo! Hallo Kevin! Wieso kann ich denn das kaufen? Weil ich habe anscheinend was in Weapons.4 aber... All aus dem Heli ey! Ah, man muss immer die normale Waffe... Okay, das ist ja richtig jung! Äh... So, du kleiner Giftswerd! Und wie geht es euch so? Hey, entspannen Sie sich gut mal! Oh, ganz gut! Und dir? Ja, also... Ich habe ein bisschen... Fahrsgefühl ne? Ich wollte auch mal hier die... Sola! Ich werde mich der Sola weg! Mit dem Boot fahren! Scheiße ey! Klar! Darauf auf mich zu schicken! Sola, komm mal nach rechts! Hä? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, jetzt... Mach mal ruhig! Ach, Glesk... Warte mal Max, was geht denn bei dir? Warum bist du die Tonne? Ich bin Houdini! Ich bin Houdini! Ich würde auch die Tonne fahren! Oh, das gibt's noch nicht! Ich bin Houdini! Alter ey! Drei gegen ein! Und Sola macht drei! Traurig! Das würde ich... Lade ich nicht hoch! Wie solltest du das durchschießen? Ja, weiß ich nicht! Kann man halt! Ist nicht pappt, ne? Und so Johnny so... Jo, was geht bei dir? Du bist die Tonne! Sola hast du es nicht gesehen? Ich war die ganze Zeit hinter dir und bin mit der Tonne rumgesprungen! Achso, Leute! Nö! Schade, Mann! Ich wollte echt so Drive-by mit Melanor und Jamal, aber in letzter Zeit kriege ich die Kürze getötet! Mit der Taube ginge das, glaube ich, gut. So schön aus dem Heli mit der Taube! Ich glaube, weil du bei... Lässig an diesem Gitterstand wurde es geblockt. Wahrscheinlich... Die Taube wäre wahrscheinlich genauso disappointing gewesen. Oder ich betiefe es euch von dir, ne? Ich will auch mal Heli fliegen! Ne, du hast halt nur eins gegen eins! Ich dachte, da hast du Verständnis für! Ja, muss ich schon sagen. Eigentlich schon, aber es hat kein Heli! Ah, guter Stuck! Ich versuche mal das Boot! Hey! Ich bin der Boot! Soll ich dir helfen? Ja, ich bin mit! Jo, ich bin drauf! Jo! Hallo! 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 Alter, du hast mich runtergekickt! Du gar nicht! Wie macht man das Boot los? Nein, es gibt kein Boot! Achso, ja, so ein Rettungsboot, aber... Aber wie kann ich das? Komm, hier muss doch einfach sein! Da fliegt jemand Heli! Das ist ein anderer Heli! Hier schießen Leute! Das ist ein anderer Heli! Nein, das ist Flask! Grüß euch! Ich grüße euch! Kann ich mich töten, Alter? Nee, keine Sorge! Putscher bewegt sich nicht! Ich habe Putscher weggemacht! Der hat sich nicht bewegt! Ist hier was? Warte, vielleicht eins höher, warte mal! Er hat halt literally 10 Sekunden auf einer Stelle gewächst! Ja, dann irgendein Ding steht doch! Ich gucke mal, wie ich da hinkomme! Oh, Flash kommt wieder! Kevin, aber jetzt... Flash, lass mal! What the fuck? Wie ist er denn da hinkommen? Achso, okay! Ich habe echt Angst, ey! Kann man mich nicht hören? Der Hubschrauber ist zu laut! Yo, Flash kommt gerade wieder! Er landet! Oh scheiße! Ey! Ich habe keine Ahnung, ich da hinkomme, Alter! Ist irgendwo oben auf den Containern drauf! Kevin? Füttert nochmal? Ja, ich komm! Warte mal, ich zack! So, warte! Gucken, ob es da wieder hinten hat, warte! Ach, was schade! Ich lande gerade! Jo! Blest landet! Wie geil ist das mit dem Beelie! Als nächstes Reden! Alter! Beste Map! Oh! Wir sind geschossen! Bin da schon? Ich habe Frenz auch geschossen! Achso Weißt du, alle Leute an der Vorsicht! Achtung, ich schieße jetzt! Ich gebe einfach Boom! Und dann schiebst du mich über den Haufen, wenn ich eine Sekunde dastehe! Wenn wir alles bläst tot, ja ich hab das Fenster kaputt gemacht. Huh? Blaukraut. Venomad? Fahrerwechsel. Hä? Fahrerwechsel. Okay, Jungs, ich hab das Ding eingesetzt und ich bin jetzt nicht mehr Traitor. Das ist fuck my life, Alter. Und Sola war nicht mehr Traitor. Sola war wahrscheinlich nicht mehr Traitor mehr. Allerdings ist es zufällig. Könnte auch wieder sein, ja. Also ich bin jetzt immer noch innocent. Das ist doch schade, ey. Oh Mann. Alter, irgendwer schließt auf mein Heli! Johnny? Nee, nee, nee. Fucken, Alter. Lass mein Heli in Ruhe. Ich hab nichts gemacht in der Welt. Also auf den Heli schießen ist echt low. Also das ist wirklich... Das machst man nicht. Ey, auf den Heli schießen, wie ist das so low? Bestimmt Kutcha, Alter. War das jetzt ein Bug oder darf man da nicht lang? Ist mir auch Kutcha am Leben oder ist mir wieder runtergefallen irgendwo? Man muss ein bisschen Respekt zeigen, weißt du, weil... Ey, ich hab Kutcha am Anfang runter weggemacht. Alter, das ist schon wieder eine Clowns wie er ist da, ey. Was the fuck, Alter? Ich hab's die ganze Zeit verfolgt und du hast auf den Heli geschossen. Nein. Du hast auf den Heli schießen. Was? What the fuck? Alter, ich hab die Erklärung, ich hab die Erklärung. Ich bin da auch gestorben. Man darf nicht hinterm Rohr lang gehen, dann stirbt man. Als Traitor. Ja, ich kann auch hier hinterm Rohr lang gehen. Na, als Traitor. What? Man darf als Traitor nicht hinterm Rohr lang, dann stirbt. Ich bin grad auch gestorben. Was? Und welchem Rohr? Welchem Rohr? Ich verstehe das auch gar nicht. Ja, das Rohr. Wo kämen wir grad dran. Da darfst du nicht lang als Traitor. Bist du tot. Das ist anscheinend so eine Proof-Stelle. Ich hab mich mega gewundert. Dann seh ich so so lang, geht als Traitor auch da lang, auch instant tot. Ich hab mich verfolgt. Ich hab mich verfolgt hier so. Ich hab mich ganz gemacht. Noch hab ich doch gar nichts gemacht. Johnny, so ist die Unglaub für dich. Hab ich ihn grad getötet? Jo. Und Kutcher ist wie gestorben? Hab ich weggemacht. Wieso? Ja, weil ich Traitor war. Achso. Äh lol. Aber der Random Heart hat mich das letzte Mal gekauft. Ich hab dir das Wibbel abgekauft. 10 Sekunden FK war so. Ey Kevin, ne Kevin, hör auf. Ich hab keine Waffe. Hör auf. Kevin, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß Kevin. Was ist das denn hier? Ich hab gewarnt, ob ich Traitor bin, um dann anzukaufen. Wieso? Kevin hat mir schon wieder einfach geschossen. Das gibt's nicht. Hab ich gar nicht, Alter. Ja, das ist geil, Mann. Wie hab ich 89 Leben jetzt? Wow. Ich hab dir in einen kleinen C geschossen, Alter. Wenn ich jetzt nicht gewinne, wenn ich Traitor wäre. Wenn du es bist, meinst du? Aber wenn ich es bin, dann ist es da nicht. Alter, hier steht ein Auto. Man kann mit dem Auto fahren. Ich hab Fall Damage bekommen. Leute, wo bin ich? Heiliges Schirr. Yo. kommt kommt nicht runter ich erschieß dich gerade gerade gesagt ich habe ja die taube kam von rechts wer ist wer gestorben ist ich kann nicht einfach ich kann nicht haben lang also wenn niemand durch die taugung gestorben ist aber okay machen wir ab hinter dem schornstein ihr beide aber ist das nicht also ich mache ist das nicht verboten ja ich ne ich auch also ist doch einfach nur eine lüge und in wirklichkeit ja aber das jetzt also es steht für ich habe es jetzt jede runde einfach ja das ist einfach im mechanic schau schnell will ich nicht okay du bist eine frage ist schon wieder tot nö ich bin im heli ich bin im heli ich bin im heli aber das ist geil da ne er schwanzt alles voll er schwanzt alles voll was ist das denn er fliegt hier gerade lang oh hi oh ihr verletztes tot lol und verlächtes traitor ich glaube er ist hinterm schaunschein lang ah der ist da runtergefallen glaube ich ja glaube ich auch ey das ist nicht schön ich bin im heli ich habe mal kutcher oben auf den heli ey passt auf die leiche auf ne irgendwer würde ich gerne vieler beleben bist du aus dem heli raus ja ich bin jetzt hier bei kevin also ich bin direkt dabei dann hier dann ist der heli frei oh no 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 ich habe noch elf hp rip damit ich verstecke mich jetzt irgendwo ein schuss von kevin ich bin tot natürlich bitte wenn du trader bist ne jetzt warum kevin ja weil kevin in meiner nähe war ich habe einfach mal am schock passt auf die leiche auf Ah, wer ist das denn? Hallo. Ich bin der Kobold im Schacht. Seh so durch die Schuhflinte da raus. Ach echt? Sieht man jetzt durch die Wand? Jo, hau mal ab da bitte. Hau mal ab da bitte. Jo, ich bin Splinter-Serio, ich bin Tom Clancy. Du bist... Ich bin der Tom. Hans Wurst. Alter, was soll das springen eigentlich? Irgendwer fliegt wieder mit dem Heli. Na klar. Geht's wirklich? Was denn? Ich krieg echt aus dem Heli die schönen Köpper. Doch, kann man wirklich. Ich bin eben so geflüchtet, Kutscher. Sollala! Im Visier? Sola, habe ich ganze wie leicht. Elie ladder. Ah, ich hab' dich auf die Idee, nicht? Hab' du was gemacht hast? Du hast mir angeschlossen. Nein, h没'n nie, oder? Decs calling. Dureibst nie? Du hast mich angeschlossen. Du hab' ich geklotter. Mei that is my baby here. Komm, 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 komm. Ich glaube, die ist komplex. Die mehr. Was? Hier ist so ne Leiche im Untergrund, ne? Jaja. Ich glaub das... War das Vles? Ist das Vles oder ist das so ne Deko-Leiche? Jaja. Oh Leute, am Fenster fliegst du am Flugzeug, und deine Kollegen grüßen. Oh lol. Kevin? Kevin? Alter mach doch keinen scheißssssssssssss! Hast du die Hände auf Blatt? Jo, Kevin ist glaube ich irgendwo runtergefallen, jetzt ist er tot. Thomas, Dieter. Alter, was ist das für ein Labyrinth? Ah! Loll! Du sagst das vor, ha? Ah, Black ist es, Black ist es! Vogelübel nahe hier dran. Ah, er ist wieder gerettet, oder was? Ja, ich hab doch zehnmal gesagt, pass auf, vielleicht auch. Ja, warum hast du das nicht gemacht? Ja, weil ich sehe, wo es hier ist. Ja, ich auch nicht. Weil Johnny ein Traitor ist. Okay, ignoriert es halt! Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Max, hast du das drauf? Ich bin gefirmt. Der war Inno. Okay, äh... Bin ich gemutet gewesen? Ja, Max, dat hier musst du drauf haben, ne? Hä? Was muss er drauf haben? Da seid ihr beide Traitor. Ich bin kein Traitor. Ich hab doch gerufen, wer ist das? Warum reagiert keiner? Wir sind doch beide in den Tramstellen angegangen, du Idiot. Ja, ich glaub, das ist einfach nur random beim Tramstellen. Und er identifiziert mich als Inno und sagt, woher Max identifiziert und kann ihn... What? Sind die alle Gehirn amputiert? Wer ist gestorben? Johnny? Wer ist... Alter, ihr seid alle komplett Gehirn amputiert, ey, wirklich. Ähm, den Vorhof kann ich jetzt aber so nicht stehen lassen. Jo, den kannst du dir gleich mal in guter Quali anhören. Ja, aber warum konnte Sola dahinter... Ich hab ja auch mal schwimmen gehört, deswegen bin ich ja da rüber, aber... Juri, ich habe euch gesagt, dass Vlesch es ist. Das ist doch einfach ein kräres... ...eins gegen eins machen, ich hab's jetzt gesehen. Und du wurdest gerade von Vlesch getötet? Ja, ich weiß, ich hab ihn ja nicht gesehen. Ich wusste, dass Vlesch es ist. Hä, aber keiner hat was dazu gesagt. Er kam von den Toten wieder. Ist die Runde vorbei, ist das doch... Ja, aber keiner hat was dazu gesagt. Vlesch war schon mal Trott, Max! Der wurde wiederbelebt, der Tusch ist der Traitor! Hahaha, du hast übel das Echo. Aber das wird nicht passieren. Du auch! Hä, aber warum reagiert denn Sola nicht? Weil es Sola ist? Aber Sola ist einfach... Der hat das Gehirn, dass er einfach von so viel Salz abtrinkt wurde, dass er einfach... Hahaha, die sind alle amputiert hier. ...zusammengeschüppelt wie seine Eier. Ja, aber ich sterbe und keiner sagt was! Ja, ich hab das sogar noch gesagt. Ey, und dann bei den Sola... Ich verstehe dich super schlecht! Ich glaub ich hab dich ganz sicher... Hör auf zu Nudel, Max! Ich verstehe dich super schlecht! Nimm die Banane ausm Mund! Was sagst du? Nimm mal die Banane ausm Mund! Alter, wie schlecht, ey! Ey, du bist irgendwie, meinst du? Sola ist einfach nur so hilflos ohne andere, der Eno ist... Alter, aber wie kann Sola das nicht wissen? Das war schonmal tot! Aber... Und es leben noch drei! Und er ist Eno! Stimmfleisch war ja tot, warum hab ich nicht gleich auf D geschossen? Aber hast du gesehen, wie ich dieses Tor aufgemacht hab? Äh, ne, da war ich zu spät auf hier drauf! Das war richtig krass! Aber die Autos kann man wohl nicht fahren! 1-2-1-Aim-Duell! Wo denn? To me what you've got! Hast du kein Radar? Nee! Bin ich nicht! Deswegen suche ich dich halt überall! Das ist dann natürlich ein bisschen unlucky! Also sagen wir mal so, ich bin dort, wo... Hm... Beschreibe ich... Was war das denn? Was war das denn? Minder Sniper? Gehst du mitten daran? Das war für ne Lappenaktion gewesen! Scheiße! Ach, Kutscha, ich bitte dich! Das war doch jetzt echt ne Enttäuschung! Das war wack! Kannst froh sein, dass ich dich leben gelassen hab! Kannst froh sein, dass ich dich leben gelassen hab! Keine Geburt war ne Enttäuschung! Ja, wie du Enttäuschung schreibst, ist ne Enttäuschung, Alter! Unterbruchung! Oh, Sola! Ah, fuck! Fuck, Mann! Der Sola ist schon fein! Du kannst wieder normal reden! Richtig gutes Mikrofon da drin! Mh, Sola ist auch hart! I love it! Oh, Mann, ey! W... Was war das für ne Runde? Ey, Vlesch, ne? Jo! Ich hab... Ich war ja die ganze Zeit hinter dir! Also so 5 Sekunden bevor du dich umgedreht hast! Und ich hab total vergessen, dass du ja eigentlich schon tot warst! Oh, ich dachte mir so... Oh, oh! Ich hätt dich so töten können! Die ganze Zeit! Und das fällt mir so ein! Aber fairerweise ist Kutscha genau hinter dir! Okay! Okay, aber... Die hat mir zugeguckt, weil so Lava! Okay, aber... Mir ist das halt super spät dann aufgefallen, wo ich mit Johnny darüber gesprochen hab, ey! Vor allem wollte Max mich ankacken so... Warum hat der keiner drauf geantwortet? Ja, aber das war wirklich weird! So, ich brille, bless is, bless is is! Und... und Sola und Johnny Sanger hat gar nichts dazu, so! Kein Wort! Naja, wir haben für mich mehr so... mehr so ne Aussage als ne Frage! Ja, aber keiner diskutiert über Sachverhalte! Ich hab immer noch keine Wache, Alter! 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 Ja, gerne! Okay, fängst du an? Ey, das Schiff ist aber echt ganz schön laut! Ja, was sagt der zu Trump? Hechtiger! Hm... Was hast du wirklich geworfen, Kutscher? Ah, Kevin! Kevin wirft schon wieder, Alter! Kevin wirft sich schon wieder alles durchgekriegt! ACHTUUUUUK! Was soll das, Kevin? Ja, hast du mal richtig ran, da! Richtig anarschissiert hier! Hast du ein Problem, oder was? Ja, natürlich ein Problem! Guck mal, du hast alles in Brand gesteckt, Alter! LOL! Oioioioioioi! Ah, ich werd angeschossen! Das Schiff dreht! Das ist ja richtig laut! Was war dat denn hier?! Hä, und wer hat mich angeknallt? Wieso schieß... Ich bin der Käpt'n! Vora ist es! Yo, ich wende das Schiff grad! Buckbord, Buckbord! Jo, der fährt wirklich nur Buckbord! Der eskaliert hier völlig am Steuer! Ich schaufel Kohle nach, Captain. Egal, jetzt ne Runde, Eli. Das ist wie ein Erlebnispark. Jawohl, jetzt, Eli. Ne, doch nicht. So, ich drück nochmal, Jungs. Was ist denn jetzt mit Kevin passiert? Lebt Kevin noch, Kevin? Kutcher und Kevin... Also auf jeden Fall hat, glaub ich, Kutcher Kevin weggemacht. Und Kutcher sehe ich nicht mehr. Warum hat Kutcher Kevin weggemacht? Das weiß ich nicht. Ja, aber... Oh mein Gott, das sieht so geil aus von hier. Holy shit. Holy shit, das geht bis über die ganze Nacht, what the fuck. Äh, Johnny, erklär mir bitte, warum es Kutcher war, der Kevin erschossen hat. Ich weiß wirklich nicht. Also, ich hab die ganze Zeit nicht mehr mitbekommen wie du. Ja, weil... Ist jemand im Heli? Ist jemand im Heli? Alarm, Alarm, Alarm. Ja, warum kommst du auf Kutcher? Warum ist denn hier ein leerer Heli? Wie geht das denn? Ja, du kannst reingehen. Ja, weil Kutcher doch gesagt hat, auf mich wurde geschossen. Nein, Kevin hat das gesagt. Ja, warum ist das jetzt Kutcher auf einmal? Ja, weil Kutcher dann gesagt hat, Kevin ist es. Und draufgeballert hat. Hat Kutcher das gesagt? Ja. Zola? Wie bitte? Ich hab das, ich hab das jetzt gerade nicht mitgehört. Kevin hat was, Kutcher hat was gesagt? Kutcher hat gesagt, Kevin war's. Äh, leben nur noch ihr beide? Äh, soll ich nicht mehr. Äh, das ging mir jetzt zu schnell. Ob ich denn jetzt... Keine Ahnung, ich kann ja nur das sagen, was ich weiß. Oh. Auf mich wird gesnipet. Fuck. Fuck. Auf mich wird gesnipet. Nee. Wo? Hä? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich war beim Heli. Ich war beim Heli und auf mich wurde geschossen ein paar Mal. Mit so einer Autosniper. Oh, die Autosniper war noch richtig link für sowas. Aber... Und irgendwann kommt grad mit dem Heli an. Ist das einer von euch? Nee, der Heli war leer. Ich hab ihn eben gesehen. Aber dann ist es ja eigentlich safe persona. Unten haben hier liegen halt die Leichen. Ich kann ihn mal untersuchen gehen. Ich glaub keinen von euch. Was denn? Warte, ich mach das. Dann haben wir eine vertrauensbildende Maßnahme. Aber pass auf. Also... Sola? Alter. Ist das ein Shitfest. Ich hab nix mitbekommen, weil ich Captain gespielt habe. Jetzt lebt nur noch Johnny. Und der ist wahrscheinlich eh der Traitor. Was? Sola! Ich glaube ganz ehrlich, dass Kutscher noch lebt. Oder einfach hier stellen sich gerade drei tot. Ja, also wie gesagt. Wir sind auf... Keine Ahnung, man. Ich weiß nicht, wo man das Horn bläst. Sonst könnte ich ja ungefähr sagen, wo ich bin damit. Du weißt, wo... Ne? Wo du nicht hingehst. Wo das... Das Horn bläst? Ja, du hast doch das Horn geblasen, oder? Ja. Ich muss ne Leiter nehmen. Ne, ich kann die Leiter nicht nehmen. Das ist zu risky. Hey Johnny, wovon redest du? Ja, ich bin hier auf so ein Ding hochgeklettert, um zu gucken, wo sich Sola versteckt wird. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kutscher noch lebt. Ja. Aber ich kann dir nicht trauen. Ja, ich weiß, weiß, weiß. Alles gut. Du kannst ja einfach deinen Scheiß machen und ich kümmer mich da rum. Puh, 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 puh. Ey Sola, müssen wir aber nochmal üben, ne? Ja, Mann ey. Aber Kutscher, du kannst wenigstens reden, ne? Das wär jetzt das Mindeste. Also Kevin ist safe tot. Davon geh ich jetzt... Kevin ist auf jeden Fall tot. Also zumindest hat er geschrien, um dann aufgehört zu schreien. Ja, alle anderen können sich totstellen, weil ich hab nix mitbekommen. Jo. Ja, außer als Sola jetzt, ne? Den hast du safe, ne? Ja, 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 ja. Du... Halt mal die Fresse! Hast du wen? Hast du was? Nein, nein, nein. Da ist richtig was explodiert bei mir in der Ecke. Und... Warte, ich versuch auch mal... Soll ich weg bleiben oder soll ich kommen? Äh, bleib lieber weg. Ja. 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 Nee, warte mal. Nee, es sind... Du weißt ja nicht, wie viele jetzt wirklich tot sind, ne? Ja, ja, ja. Ach, Captain. Da muss, da muss irgendwie was ändern. Ist das so? Ja, das geht so nicht. Findste? Jo. Geht ganz gut eigentlich bis jetzt, oder? Munition brauchst du? Warum? Hm, die kann man wohl nicht hochjagen, ne? Hör mal, Max. Ähm... Na? Ja. Ja. Time is ticking, Junge. Ja, die Time is really ticking. Halt mal die Fresse. Warum? Damit du meine Schritte hören kannst, oder was? Oh, das wäre ja doof. Kann ich aber einfach muten. Aber jetzt will ich nicht. Das ist ne Lösung, aber... Ist jetzt der Radar abgelaufen, ja? Schade. Ja, das passiert halt öfter, aber du weißt ja, wie das ist. Fuck! Alter, der Slide-by, Alter. Holy, ich hab dich sogar noch erwischt, ey. Oh, ich hatte halt gar kein Leben. Ich bin einfach richtig runtergeslidert. Alter, wie habt ihr so schnell alle umgelegt? Ich war oben auf dem Turm, Solar war unten, und da wurde reingesoltert. Ja, Kevin hat irgendwie gar nichts gecheckt, die Runde. Ja, und warst du mit Vlesse und Kutcher gewesen? Ich hab Kutcher mitgemacht. Die war im Heli, und dann kam so ein Orbital Beam auf dem Heli, und ich bin gestorben. Ja, stimmt. Der Heli hat dich einfach angeschossen, erst mit einem Metal Launcher, dann mit der Waffe, und du immer, Hör, wer ist das? Wie ist das? Das war irgendwie komisch. Hä, warst du nicht da oben drauf? Nee, ich war direkt hinter dir. Aber der Laserbeam war clean as fuck, Alter. Der Laser war auf dem Heli, und ich saß da drinne. Jo, ich weiß es. Das war ja meiner. Ich benutze nie wieder einen Metal Launcher, ich verkack damit aktuell nur noch. Hey, Metal Launcher ist einfach so für Dummies, weißt du? Ja, aber ich krieg's nicht mehr hin, keine Ahnung. Einzige Waffe, mit der ich trafen kann. Ja, ja, Alter. Oh Mann, ey. Wär ich nicht so abgelenkt gewesen. Na gut, aber ich hab ja noch Johnny ein bisschen auf der kalten Dingens erwischt, aber hat nicht mehr geholfen. Ich war nicht so gedamaged. Ich hab mir echt abgeschossen. Ja? Alter, unter mir hat er alles verloren. Was? Ich hab schon 20 Leben gerichtet. Ja, Nerds. Wieso habt ihr verloren Leben? Alter. Ja, Alter. Lol. Äh, im Heli ist Ola. Wer ist da da? Wo auch Sonnen? Wo auch Sonnen? So. Oh Mann. Alter, hat der Junge endlich sein Helium auf Doppel zu fliegen. Da muss das auch auslösen. Man, direkt am Anfang ist doch langweilig, ey. Nein. Oh, Gott sei Dank, ey. Ach, hip Johnny. Jo, ey, da hab ich grad auch so überlebt. Also, ich hab kein Falle mit ihm. Ich will ihm hier die zu machen? Man kann was? Was sag ich mit Vleske und Max? Nehmen die noch? Voll eine Ahnung. Max? Oh mein Gott, hier die gleiche. Vleske. Vleske ist tot. Der ist ja ganz am Anfang explodet anscheinend. Wie, ganz am Anfang gespulten? Darüber redet keiner, Max ist auch tot. Hä, doch, irgendjemand hat doch darüber geredet. Was soll? Ne, irgendjemand. Mir war das ja egal, ich hab ja gechillt, weißt du. War tot? Hallo? Ja, red mal allein, Alter. Alter! Ey, ich hab's voll drauf, Mann. Wie du komplett weggelötet wurdest. Jonah? Ich weiß gar nicht wie. Was ist das? Ey, jetzt ist wieder Sola gegen die Traitor, der eine Runde Heli geflogen ist und jetzt überhaupt nichts freilt. So wie ich letzte Runde. Deswegen. Ah. Oh, Mann. Aber wie seid ihr denn so schnell weg gewesen? Jo, der hat einfach direkt beim, als der Timer 0 war, Vleske mich durchgerattert. So, wir sind in einer Linie gegangen auf dem Schiff. Alter, er grimmt. Bruder. Hat halt niemand mitbekommen. Wir sind einfach bei der Scheiße. Naja, das kann ja auch Fake-Buddy sein. Vor allem so, da dachte doch, hat da jemand gesagt. Ohhhh. Und jetzt kommt der Laserbeam. Das ist so easy. Ne, er hat Gift. Er hat Gift. Er hat Gift. Ne. Aber er hat nicht getroffen, Mann. Aha. Bist du gerade rausgefallen? Du schießt mich an. Ich mach das Flugzeug kaputt. Mö. Mö. Mosequenzen. Oh, hat er... Er landet jetzt wieder hier. Das ist das dümmste, was du machen kannst. Jetzt in Heli steigen. Die warten da jetzt einfach und töten ihn. Ja, Sola hat, hat, glaube ich, immer noch kein... Keine Ahnung, dass er der Einzige ist. Aber langsam müsstest du halt mal Klick machen. Er kann auch jetzt runterspringen. Spring, mein Junge. Spring. Spring. Ich glaube, er versucht es, aber er hat es nicht geschafft. Na gut, dann ist er komplett unmöglich ausgetreffen. Na ja, Max hat mich gekillt da raus. Aber mit der Scout meine ich. Na gut, mit der Scout wahrscheinlich. Nein, ich will nicht landen. Charge! Nein! Ich will nicht wandeln. Er hätte ins Wasser springen. Ah, du willst keine... Oh, Ripp! Hä, bist du nicht tot? Nee. What? Das Ding, Mann, ist einfach in dir explodiert, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, du hättest einfach ins Wasser springen können, weil... Wie wär ich dann rauskommen? Hier gibt's Leitern. Am Heck... Ne, am Heck gibt's ne Leiter. Auf der anderen Seite rausspringen. Man sieht's ja nicht durch den Nebel da hinten. Ja, stimmt. Gibt hier überall Leitern. Ich dachte, dass man besser aimen kann im Hedi, aber das ist ja komplett unmöglich. Wie hast du dir am Anfang direkt weggemacht, Kevin? Die laufen beide vor mir, einfach mit der UCI durch, Alter. Ich hab mal so an Kevin geschrien so, aber... Ja, wir sind so längst außen am Geländer an diesen Containern langgegangen. Da kann er halt einfach gerade durchziehen. Und ich bin grad halt Traitor geworden. Und ich hab dann sogar auch Kevin vor mir, Alter. Da brauchst du auch nicht qualifiziert für sein Kevin, ey. Nee, brauch ich auch nicht. Das ist einfach... War easy. Oh Mann. Da musste ich einfach mal die Frust rauslassen, dass ich so selten Traitor bin. Hä? Hä? Ja, ich war... Ich war... Ich war zweimal Traitor. Ey, klein Wechsel. Äh... Bitte nicht. Ich will eine Sekunde wenigstens leben. Oh. Mensch, ich bin schon wieder in den Cent. Ja, direkt... Direkt ne Explosion. Bam! Junge. So, Feuerball, Junge. 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 Ab zu mir, die... Waa, 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 waa. Die Diegel? Kutscher klettert hinter mir hoch. Oh mein Gott. Oh, irgendwer ist runtergefallen. Oder? Alter, Junge. Verpiss dich. Der ist ja gut. Ah, die A3000. Das ist viel geiler als die Diegel. Ah! Cripp-Leben. Ah, oh. Ah, mh, ah. Ah, oh. Warst du am Leben? Ja, 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 ja. Oh, Explosion. Das war ne Disco. Das war ne Disco. Alter. Was für Disco? Disco Pogo. Ja. Dingelingeling. Bang, bang. Nebt noch Johnny? Ja, der kämpft sich da oben ein. Johnny? Joni? Jonas Schmidt? Oh, lol, ich war gemütet, sorry. Ja, oh, oh, oh. Ja, oh, oh. Das, das ist, das muss ein Traitor sein, was. Dieser Sache war richtig interessant, der. Ja, oh, 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 oh. Ja, oh, 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 oh. Ja, oh, 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 oh. Oh, wer ist da? Ey, schieß mal, schieß mal irgendwo hin, Solar. Okay, okay, okay. Das ist die beste Weapon ever. Bin bei Max und bei Zola und da war noch jemand. Ja, komm mit hoch. Ich bin hier, ich bin hier safe, ich bleib einfach hier. Hier ab, hallo. Wie ist das schon wieder keine Waffe in der Hand, mein Junge? Junge, das ist die beste Waffe! Alter, verpiss dich! Kevin, raus! Nö! AAAAAAHHHHH! Nein! Oioioi, da platzt mir aber mein Zommelfeld! Ist er tot? Maxi Meili! Oh, Kevin! Starte, starte! Ja! Nein! Raus, raus! AAAAAH! OIT! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Mal Launcher? Nee, ich hab einen Laser aus den anderen... Lass mal TTT-Dork! Ich war auf der anderen Seite der Map und hab mit dem Laser... Was ist das mit der Unterhütte wieder? Hä, mit dem Laser? Nein, wir sind durch eine Explosion gestoppt! Wer war das grad? Wer war das grad? Das war mein Laser! Kevin war das, oder? Kevin? Ich bin runtergefallen! Hä, was ist denn für ein Laser? Ich hab ne Laser... Laserbeam reingedonnert! Nein! Das war nicht dieses... Doch, doch, doch! Echt? Also mich hat jemand auch vergiftet! Ja, ich hab dich vergiftet! Ja, das war Sola! Als ihr abgeflogen seid grad! Also bei mir ist... Okay, wir waren auf jeden Fall... Schlagartig tot! Das war eine weitere Runde TTT! Morgen bei Sola! Tschüssi!